Hallo, herzlich willkommen heute zu einem kleinen Teil, Eosinophile Oesophagitis. Eine Entzündung der Speiseröhre, eine Oesophagitis, ist möglich durch Säurereflux, also ständige Reizung der Schleimhaut, durch Pilzerkrankungen, Säur, durch Viren wie Herpesviren oder eben durch Eosinophilie. Die Ursache der Eosinophilen Oesophagitis, wahrscheinlich eine allergische Reaktion, Typ 1 bzw. Typ 4. Die Reaktion kann erfolgen durch Kuhmilch, durch Hühnereiweiß, durch Erdnüsse, durch Weizen, Soja oder Fisch. Oft ist nicht festzustellen, wogegen man allergisch reagiert. Eine andere Bezeichnung der Eosinophilen Oesophagitis ist Asthma der Speiseröhre. Das heißt, es kommt zu einer Entzündung mit Eosinophilen Blutkörperchen in der Schleimhaut. Entsprechend wird die Diagnose gestellt, eine Spiegelung mit der Entnahme von Gewebeproben, von Biopsien. In ganz vielen Fällen findet man weitere allergische Erkrankungen, wie allergisches Asthma oder der Heuschnupfen. Die möglichen Symptome Ähnlich wie beim Sodbrennen, beim gastroösofagalen Reflux Gerd. Wo es aber dann lebensgefährlich werden kann, ist, wenn Essen in der Speiseröhre stecken bleibt. Die Speiseröhre verhärtet mit der Zeit. Das passiert insbesondere bei schnellem, umhastigem Essen. Deswegen wichtig, gut kauen und viel Flüssigkeit beim Essen herunterspülen. Wenn etwas hängen bleibt, besteht akute Erstickungsgefahr. Entsprechend muss sehr häufig der Notarzt kommen und der Essentrest muss endoskopisch entfernt werden. Typische Speisen, bei denen akute Schluckbeschwerden auftreten können, sind in der Regel sehr feste oder fasernde Nahrungsmittel. Das kann trockener Reis sein, das können Pommes frites sein, das kann Fleisch sein, das können Äpfel oder Karotten sein. Ich hatte es schon erwähnt, durch die ständige Entzündung kommt es zu Veränderungen der Schleimhaut, Veränderungen des Oesophagus. Es kann zu Einengungen, zu Strukturen kommen, zu fibrotischen Veränderungen. Dazu ist sehr häufig eine leicht blutende Mucosa vorhanden. Im schlimmsten Fall muss der Oesophagus ganz, ganz vorsichtig geweihtet werden. Zur Therapie. Standard heute sind Budesonid-Schmelztabletten, das heißt Cortison-Schmelztabletten. Diese werden zweimal täglich für 6 bis 12 Milligramm gelutscht. Nach dem Essen eine Schmelztablette auf der Zungenspitze gegen den Gaumen drücken und die Tablette löst sich dann innerhalb von etwa 2 Minuten oder auch länger auf. Das heißt, das Cortison wird kontinuierlich heruntergeschluckt, läuft die Speiseröhre herunter und wirkt entzündungshemmend. Damit das Cortison möglichst lang einwirken kann, wird 30 Minuten nach der Applikation nichts gegessen, getrunken oder die Zähne geputzt. In vielen Fällen ist es so, dass nach Abbruch der Behandlung ein Rückfall entsteht. Das heißt, aus der 6 bis 12-wöchigen Probebehandlung, wenn man so will, wird eine zeitlich unbegrenzte Behandlung. Die Schmelztabletten sind relativ neu. Früher wurde Cortison beispielsweise durch Inhalatoren appliziert. Das heißt, morgens und abends wurde dann in den Mund gesprüht, gepustet. Wichtig eben nicht inhalieren und dann schlucken. Cortison haben eine Nebenwirkung. Hier insbesondere ist wichtig die lokale Nebenwirkung. Es kann zu Pilzerkrankungen kommen. Cortison schwächen die Immunabwehr im Mundbereich in der Speiseröhre. Protonenpumpenhemmer werden oft versucht, zeigen aber meist keine große Wirkung. Das heißt, es kommt nicht zu einem Ansprechen auf eine Therapie mit PPIs. Das war die Eosinophile-Ösophagitis. Kurz nochmal zu den Nahrungsmitteln, die problematisch sein können. Die hatten wir eben erwähnt. Es gibt eine 6-Food-Eliminations-Diät. Das heißt, man verzichtet komplett auf Kuhmilch, Schweiceneier, Nüsse, Soja und Meeresfrüchte. Sechs Wochen und führt dann eine Kontrollendoskopie durch. Normalerweise, wenn eine Allergie gegen eine der Substanzen oder mehrere der Substanzen bestand, ist eine endoskopische Besserung zu sehen. Falls man auslösende Substanzen feststellen kann, was in vielen Fällen nicht möglich ist, können diese natürlich gezielt vermieden werden. Eine Änderung der Ernährung ist bei Kindern oft wirksamer als bei Erwachsenen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.